Hallo alle zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt so lange abwesend war, aber es sind ein paar Sachen passiert, die meine Zeit in Anspruch genommen haben. Zuerst einmal haben wir uns zwei kleine Babykatzen angeschafft. Die sind jetzt ja auch gerade im Hintergrund am rumlaufen. Ich hoffe, sie locken mir nicht gleich mein komplettes Equipment um. Genau, erst haben wir uns die zwei Babykatzen aus dem Tierheim geholt. Dann hat mich mein Freund gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und natürlich werden wir heiraten. Ja, und nach der ganzen Aufregung habe ich dann die Grippe gekriegt und jetzt habe ich eine Woche flach gelegen. Und ja, jetzt bin ich endlich wieder zurück. Und das erste Video, was ich euch bringen will, wäre einmal die Glossybox für Oktober. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Sie steht auch schon eine gute Woche bei mir rum. Ich bin einfach nicht dazugekommen, mich aufzuraffen, weil die Grippe hat mich schon ganz schön fertig gemacht. Ja, aber wir machen sie jetzt einfach mal auf. Es versteckt sich diesmal oben drin. Ein Gutschein. Der Glossybox Adventskalender Spezial. Und dann haben wir da die Glossybox, wie immer, mit der Creme, Duller Creme Edition. Wie immer das Magazin. Das tun wir erstmal zur Seite. Und dann machen wir das Ganze mal auf. Und da kommt mir schon ein sehr frischer Duft entgegen, auch wenn meine Nase noch etwas verschnupft ist. Aha, sieht sehr türkisblaulastig aus dieses Mal. Das erste große, was mir entgegenkommt, ist ein Judith Williams Straffendes Gesichts Serum. Von Judith Williams habe ich auch schon mal eine Tages- oder Nachtcreme gehabt, glaube ich. Ich glaube Nachtcreme. Wir machen das mal auf. EGF Epidermal Growth Factor. Ihr Schlüssel zur Schönheit. Hautgenerationsmechanismen regt er an. Wir probieren das aus. Der hochkonzentrierte Zellaktivator EGF erhöht den Gehalt von jungen und reifem Kollagen in der Haut. Gleichzeitig wird die Produktion von Elastin und Hyaluronsäure deutlich gesteigert. Ihr Hautbild erscheint optisch glatter und strahlender. Morgens und abends sanft auf die Geringe. Okay, jetzt noch mal wie ein Serum halt. Ne, wir probieren sie mal aus. Mal sehen, ob was kommt. Die besten Pumpen sind die, die funktionieren. Oh ja, okay. Oh, das ist ein relativ festes Serum. Riechen tue ich nicht. Es ist relativ festes Serum, wie man sieht. Relativ gelig. Riecht sehr parfümiert. Ja. Klar wird da jetzt sicherlich nichts sichtbar sein. Es ist ein festes Serum. Es ist sehr, sehr parfümiert. Riecht genau wie die, ich glaube Nachtcreme ist es. Riecht genau wie die Nachtcreme. Aber wird getestet. Dann haben wir drinnen zwei Sachen von John Frieda. Und zwar Frizz Ease für widerspenstiges Haar, zauberhafte Leichtigkeit Conditioner und zauberhafte Leichtigkeit Shampoo. Jetzt sitzt gerade mein kleiner Simba vor mir. Ich zeige ihn euch. Schaut mal. Das ist klein Simba. Kein Simba, dein erstes Video. Geil. Und Balou sitzt auch da drüben. Natürlich mussten es Disney Namen sein. Aber klein Simba ist ein kleiner Video da manchmal. Stimmt's? Nja. Auf jeden Fall haben wir von Frizz Ease zauberhafte Leichtigkeit Shampoo und Conditioner. Spendet Feuchtigkeit und federleichte Geschmeidigkeit beziehungsweise schwerelose Pflege und Geschmeidigkeit ohne zu beschweren. Für feines und strohiges Haar. Ja gut, okay. Ich habe jetzt weder noch. Benutzt wird es trotzdem. Probieren wir mal aus. Dann haben wir einmal dabei Ritual of Dow ein Raumparfüm. Das habe ich tatsächlich schon mal in der Glossybox gehabt. Oder letztes Jahr im Adventskalender. Na ja, die Dowline riecht so gut. Ich liebe diese ganze Line, ja. Hoos. Hi. Willst du nochmal hochkommen? Nein. Er hängt mir gerade an der an der Hose. Das macht er auch ganz gerne. Vor allem wenn es gerade Futter gibt. Dann krabbelt er mir gerne mal an der Hose hoch. Und jetzt zieht er gerade das Kabel. Oh je. Ja. Aber wie gesagt, die Dowline richtig gut und der Raumduft ist auch sehr lecker. Dann haben wir noch Palmonive Natural Milch und Honig mit Honigduft Creme Dusche mit Feuchtigkeitsmilch. Ja. Riecht auch sehr warm. Ehrlich gesagt. Also riecht sehr nach ähm ja weiß ich nicht. Herbst, Winter. Jetzt habe ich euch das gar nicht in die Kamera gehalten. Vor lauter Simba. Ja. Die Babykatzen, die lenken schon sehr ab. Und die zwei Schampus habe ich euch auch gar nicht richtig reingehalten. Das waren die Schampus. Genau. Und dann haben wir noch einmal Barbour. Oh. Heute fliegt alles. Barbour. Hip, hip, hydra. Intensive Feuchtigkeit. Wirkstoffkonzentrat für feuchtigkeitsarme, trockene Haut. Ein Komplex mit Hyaluronsäure und einem pflanzlichen Moisturizer spendet intensiv Feuchtigkeit. Ergebnis. Die Haut ist erfrischt und gut durchfeuchtet. Ja. Barbour made for Glossy Box. Barbour made for Glossy Box. Die sind eigentlich immer echt gut. Ich mache das mal auch, damit ich euch mal das Innenleben zeigen kann. Und ich finde die immer so schön designt. Also erst einmal, die Verpackung sieht ja schon mal ganz toll aus, nicht? Also wirklich richtig schön. Und meistens ist das Innenleben auch sehr schön. Ja, genau. Dann hat man dann unten die Ampullen und da steht dann immer noch dabei Day 1, 2, 3, 4 und man hat immer noch einen kleinen Öffner mit dabei, damit man die Glasampullen aufkriegt. Der ist immer mit dabei. Genau. Und dann steht noch da Beauty in a Bottle. Ja. Ich habe die jetzt schon mal gehabt. Von nicht allzu langer Zeit. Das war im Aprilurlaub, glaube ich. Da habe ich die auch eine Woche lang jeden Tag genutzt und fand sie wirklich toll. Ja, dann schauen wir mal noch ins Magazin rein. Also zuerst einmal die Barbour-Ampullen, die muss wohl jeder gekriegt haben. Die kosten 20 Euro. 20 Euro für so sieben kleine Ampullen. Das ist schon viel Geld. Dann das Spray ist nur eine Mini-Size, kostet fünf Euro. Sind wir bei 25. Genau. Dann das kostet normalerweise sechs, also sieben Euro für 250 Milliliter. Wir haben jetzt 50, das heißt, ich habe keine Ahnung, vielleicht ein Euro 50 pro, also sind wir ungefähr bei 28. Ja, was haben wir noch Schönes gehabt? To the Frail, wo bist du? Da ist es. Das Gesichtsserum hat 30 Milliliter. Kostet 10 Euro. Sind wir bei 38. Genau, 38. Und Palmolive kostet 3 Euro. Also sind wir bei 41 Euro ungefähr. Klingt doch ganz gut, ist ein guter Wert. Es sind einige Produkte drin, wo ich mich auch sehr drüber gefreut hätte. Zum Beispiel von Caudalie. Hätte ich auch gerne mal ein bisschen was probiert, ehrlich gesagt. Da habe ich auch schon mal irgendwas gehabt und das fand ich echt toll. aber ich habe bis jetzt noch nie irgendwie selber was bestellt bei Caudalie. Oder zum Beispiel, was wäre denn noch toll gewesen? Die Handcreme von Mercy Handy hätte ich ganz toll gefunden, ehrlich gesagt. Bei denen ihre, jetzt habe ich gerade keinen da. Die kleinen Tuben mit dem Handdesinfektionsmittel sind ganz toll. Was haben wir denn noch gehabt? Und die Wirkdusche von Kneipp wäre auch ganz cool gewesen. Wirkdusche Goodbye Stress. Kann ich immer gebrauchen. Bei uns geht jetzt gerade die stressige Zeit los im Hotel. Dann hätten sie noch einen Augenbrauenpinsel gehabt. Wäre auch nicht so schlecht gewesen. Oder von Love, der Lip Affair Color und Care Lipstick. Der wäre bestimmt auch nicht schlecht gewesen. Ja, und die nächste Edition ist gleich auf der letzten Seite und das wird die Gold & Champagne Edition. Du bist ein echtes Golden Girl. Oh, die Golden Girls. Kennt ihr die? Ich habe die Serie geliebt. Ich habe mir sogar die kompletten Staffeln alle auf DVD gekauft. Ich liebe sie. Denn deine Augen funkeln, sobald sie luxuriöse Produkte erspielen. Deine Hände können den schimmernden Texturen und duftenden Formulierungen nicht widerstehen. Und dein Atem stockt, wenn du all den vorweihnachtlichen Glitzer siehst. Die Glossy Box Gold & Champagne Edition ist daher ein absolutes Must-Have. Sie versüßt dir nicht nur den Novembern, sondern erfüllt garantiert den ein oder anderen lang gehegten goldenen Beauty-Traum. Ja, sieht auch aus wie eine Special Edition Box wieder mit Gold und Rot. Schauen wir mal. Ja, habt ihr auch die Glossy Box abonniert? Wie hat euch diesen Monat die Glossy Box gefallen? Lasst mir gerne Kommentare da, was ihr es in der Box hattet, wenn ihr was anderes hattet wie ich. Habt ihr die Produkte vielleicht schon probiert? Weil bei mir steht die Box jetzt schon eine Woche da, ungeöffnet. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Hier unten geht es zum Abonnieren, hier oder hier. Ich bin mir nicht sicher. Und ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Vielleicht wieder mit meinen zwei Babykatzen. Wer weiß das schon so genau. Tschüss!